Das Filmstudio Blumhaus, welches hinter Low-Budget-Hit-Filmen wie Paranormal Activity, Megan, The Purge und dem Halloween-Reboot steckt, hat angekündigt, dass sie eine Videospielabteilung gründen. Zusammen mit Sargwood als Präsident, einem Game-Produzent der zuständig ist für Spiele wie Prey oder Redfall, und Don Sechler als Head of Finance, welcher für Playstation arbeitete. Konzentrieren will sich das Studio auf Low-Budget-Videospiele, mit einem Budget unter 10 Millionen. Ähnlich wie mit seinen Filmen, will Blumhaus mit kleinem Budget große Hits produzieren. Folgt uns auf GameTV.ch für mehr tägliche Game News. Bis zum nächsten Mal. Eure Anna